Guten Tag meine Schüler und Schelerin. Heute haben wir Keilu-Fang-Fuß. Wir ergänzen Lektion 3B. Keilu-Fang-Fuß, Lektion 3. Hier. Was ist genug? Was gibt es hier? Wie heißt das Wort? Mit springen. Das ist ein Wort unternommen. Mit singen. Ja, super. Das ist ein Wort. Immer die Wölfe enden mit L oder E-N. Losfahren. Hier. Er sagt, er bringt oft mit. Losfahren. Ich fahre los. Was ist denn los? Was gibt es hier? Ja. Was war es mitbringen? Wir schneiden das. Und bringen als was? Kommt nur nach? Ja. Super. Kommt nur nach? Zwar. Und mit? Kommt. Am Ende. Super. Was? Mitbringen. Losfahren. Wir schneiden mit und los. Wie heißt es mit und los? Das heißt, Vorsilbe. Das heißt, Vorsilbe. Mach mal ein wenig. Was kommt mit diesem Wort, wenn das? Am Ende. Und der zweite Wort, Nummer zwei. Wir konjugieren das Wort. Zum Beispiel. Mitbringen. Mit ich. Ich. Wer sagt, mich bringen. Mit ich. Ich. Bringe. La, la, la. Und am Ende. Mit. Super. Und mit. Und nun mit du. Was kommt am Ende mit du mit Wörter? Es dreht. Super. Aber du springest la, 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 la. Und am Ende voll selbe. Mit. Und nun mit er es wie? Was kommt am Ende mit Wörter? T. Ja. Er springt la, la, la. Und mit voll selbe. Am Ende. Super. Und plural genommen. Wir. Oder es ist nicht plural. Oder sie. Normaler. Es kommt am Ende. Es konjugieren. E. M. Wir. Bringen. La, la, la. Mit. Wir bringen. Bladen. Auch. Blumen. Mit. Ihr. Am Ende. T. Ihr. Bringt. Obst. Gemüse. Schokolade. Blumen. Mit. Super. Das ist auch mit Blutfarben. Wer kann das konjugieren? Mit ich. Fahre. Fahre. Los. Super. Und du. Super. Du fährst. Los. Warum fährst. A. Veränderst du. E. Um laut. Mit du. Und er. fährst du siehst. Er. Fährt. Mit. Super. Und wir. Sie. Die plural. Fahre. Mit. Super. Und sie. Fahre. Mit. Super. Und hier. Das ist ein Satz. Wir kombinieren. Das heißt. Satz. Brücke. Zum Beispiel. Diesen Satz. In Deutschland. Bringt. Man. Blumen. Nie. Das heißt. Brücke. Kopri. Nummer 1. In Deutschland. Das kommt nur als Wart. Das Wart. Super. Konjugiert sie mit. Subjekt. Subjekt. Der andere kommt zu Nummer 1. Oder? Nummer 3. Kein Problem. Er hat noch mal. Ich verstehe hier. Ist Nummer 2. Was? Wart. Statt. Nummer 2. Heißt es Wörf. In Deutschland. Singet man Blumen. Und am Ende. Vor Würf. Am Ende. Vor Würf. Klack. Ja. Wie heißt das? Das heißt. Die. Trennbare. Wörfen. Die Trennbare Wörfen. Warum Trennbare? Wir trennen diese Wörfen. Warum heißt die Trennbare? Wir trennen. Trennbare Wörfen. Vor Wörfen. Kommt ab Ende. Das heißt noch einmal. Die Trennbare Wörfen. Es gibt nur einige Wörfen. Das kurze Buch. Seite 9 und 60. Hier. Die einfache Wörfen. Sagen. Mit Trennbare Wörfen. Los sagen. Wie heißt los? Vor Wörfen. Wörfen. Springen. Das ist ein einfaches Verb. Trennbare Wörf. Mit. Springen. Mit ist vor. Selbe. Rufen. Das ist ein einfaches Verb. Mit Trennbare Wörf. Anrufen. Wie heißt an? Das heißt vor. Silbe. Klack. Ok. Alles klar? Ich bin gerade perfekt. Augen, Augen, Augen. Drago. Rufen. Seite. Zwei. Und seitens. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.